Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie auf die Volltexte verschiedener Normen zugreifen können. Wir beginnen auf der Startseite der Universitätsbibliothek. Unter Suchen und Ausleihen finden Sie das Thema Normen und Regelwerke. Auf dieser Seite finden Sie alle Normen und technischen Regelwerke, die von der Universitätsbibliothek lizenziert sind. Wir beschäftigen uns als erstes mit den Normen und Regelwerken, die in der Datenbank Nautos enthalten sind. Dabei handelt es sich um DIN- und ISO-Normen, VDI-Richtlinien und die Arbeits- und Merkblätter der DWA. VDE, IEEE-Normen und RAL sowie die Arbeits- und Merkblätter der DVGW sind nur als Nachweis in Nautos vorhanden. Die Volltexte der VDE-Normen finden Sie in der VDE-Normen-Bibliothek, die wir Ihnen nach der Datenbank Nautos zeigen werden. TU-Studierende können Nautos und die VDE-Normen-Bibliothek auch außerhalb des TU-Campus nutzen. Dazu müssen Sie mit dem 2-TU-Full-Tunnel im VPN-Netzwerk der TU Berlin eingeloggt sein. IEEE-Normen finden Sie in der Datenbank IEEE-Explore. Allerdings können nur TU-Angehörige darauf zugreifen. RAL können in gedruckter Version auf der zweiten Etage der Zentralbibliothek eingesehen werden. Die Arbeits- und Merkblätter der DVGW befinden sich in gedruckter Version auf der ersten Etage. Nun schauen wir uns die Datenbank Nautos genauer an. Bitte beachten Sie dabei unbedingt auch unsere Nutzungsbedingungen. Wenn Sie auf der Suche nach einer bestimmten Norm sind, können Sie diese im Feld Dokumentnummer eingeben. In diesem Fall suchen wir die DIN 345. Klicken Sie nun auf Suchen. Sie gelangen zur Ergebnisliste. Auf die aktuell gültigen Normen haben Sie einen Volltextzugriff. Dies erkennen Sie in der Ergebnisliste anhand des blauen Volltextsymbols in der Spalte Dokument. Deshalb handelt es sich bei dem ersten Treffer um die von uns gesuchte DIN-Norm 345. Um den Volltext zu öffnen, können Sie einfach auf das blaue Volltextsymbol klicken. Schon in der Ergebnisliste sehen Sie das Ausgabedatum der Norm. Wenn Sie weitere Informationen zu der Norm benötigen, klicken Sie auf die Dokumentnummer. Sie gelangen zur Vollanzeige. Auch hier haben Sie auf der rechten Seite die Möglichkeit, auf den Volltext zuzugreifen. Jetzt interessieren wir uns für die DIN 345 in der Version von 1978. Um genau diese Ausgabe der Norm zu finden, klicken Sie auf Erweiterte Suchfelder und geben Sie bei Ausgabedatum in beiden Feldern das Jahr 1978 ein. Hinter dem Pluszeichen verbergen sich weitere Filtermöglichkeiten, zum Beispiel nach ICS-Klassifikation oder nach Dokumentart. In diesem Fall brauchen wir aber nur das Ausgabedatum einzugeben. Das rote Kreuzsymbol bedeutet, dass die Norm zurückgezogen wurde und damit nicht mehr gültig ist. Für weitere Informationen klicken Sie wieder auf die Dokumentnummer. Anhand des Feldes, auch abgedruckt in, können Sie sehen, ob und wo die Norm auch in einer gedruckten Ausgabe zu finden ist. Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche nach zurückgezogenen Normen. Jetzt wollen wir noch die Norm VDE 0660-100 suchen. Klicken Sie auf den Reiter VDE-Normen. Bitte beachten Sie, dass Sie in dieser Datenbank nur einen lesenden Zugriff auf die Normen haben. Downloads und Ausdrucke sind nicht möglich. Dann klicken Sie auf den Link VDE-Normenbibliothek online. Sie werden zunächst weitergeleitet zum Datenbank-Infosystem DEBIS. Klicken Sie nun auf den Hyperlink www.normenbibliothek.de Die Startseite der VDE-Normenbibliothek erscheint. Hier geben Sie die gewünschte Norm einfach links oben in den Suchschlitz ein. Um die Norm zu lesen, klicken Sie auf den Normen-Titel. Sollten Sie weitere Fragen zur Recherche von Normen und Regelwerken haben, können Sie sich gerne in der Zentralbibliothek an die Informationen der zweiten Etage wenden.